Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenn ich sie? Wer ist eine Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Scheiße. Nee, Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich gut. Bravo, bravo. Du bist ein bisschen wie mir. Du hast mich ins offene Messer laufen lassen. Echt? Habt ihr vorhin Telefon... War sie das gerade eben? Wie lange weißt du schon von uns? Von wem? Von Charlotte und mir. Ach, so heißt deine Tussi. Charlotte. 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 Charlotte Duval. Ich weiß nicht. Grüne Augen. Ja. Spielt Kabarett. Du wohnt in Kreuzberg, in der Bergmannstraße. Und hat dein Tattoo genau hier. Ich spiel kein Spiel. Das ist meine Charlotte. Du riechst nach ihr. Das hätte ich gleich kapieren müssen. Bis zum nächsten Mal. Das ist meineette. Untertitelung des ZDF, 2020